Jetzt gehst du wieder ganz langsam und vorsichtig. Lass die Kartoffelpflanzen in Ruhe. Na dann geh wieder raus. Ja da lauf. Da geh raus. Na komm. So. Komm raus. Komm. Ist ja ein bisschen eng. Komm. Na komm raus. Komm. Na komm schon. Komm Pippa komm. Na ja der Rücksetzgang bei mir. Da muss man aufpassen. Ja ja ja. Ist ja gut. So. So. So.